Hallo Mensch, ein schnelles Update von mir über ein fantastisches Phänomen von Fox News am 27. Februar über dem nächtlichen Himmel über Milwaukee, Wisconsin, USA aufgezeichnet. Wow, was sehen wir denn hier? Also so etwas habe ich bisher noch nicht gesehen. Ihr etwa? Wir sehen wild durcheinanderwirbelnde Lichter, fast als würden sie miteinander spielen und zusehends ihre Leuchtkraft einbüßen. Die Moderatorin hatte auch gleich die richtige Frage parat. Aliens? Ihr Partner konnte ebenfalls nur irgendetwas daherstammeln. Beide sind offenbar ziemlich verdutzt. Was könnte das wohl sein? Ein Haufen Scheinwerfer? Riesenglühwürmchen? Aliens? Ein seltenes Wetterphänomen? Vögel? Viele behaupten hier einen Schwarm ausgeleuchteter Möwen zu sehen und die Schweife seien bloß Kamera-Artefakte. Dafür spricht, dass Milwaukee tatsächlich an der Küste liegt. Nach einem Vogelschwarm sieht das für mich allerdings nicht aus. Ich finde diese Erscheinung überaus ungewöhnlich. Ich weiß nicht mal, wie ich diese Lichter bezeichnen könnte, um eventuell nach ähnlichen Vorfällen zu suchen. Kaulquappen aus Licht? Fliegendes Sperma aus Licht? Und wieso verschwinden die Objekte einfach so und fast alle gleichzeitig? Eure Meinung in die Comments. Sehen wir hier möglicherweise eine Überschneidung zweier Dimension? Stammen diese Objekte nicht aus dieser unserer Realität, sondern sind eine ganz normale Himmelserscheinung in einer alternativen Realität unserer Welt? Je mehr ich über diese Erscheinung sinniere, umso mehr wunderbare Ideen kommen mir, was das alles sein könnte. Doch das ist alles nur Spekulation meinerseits. Oder wie ein aufmerksamer Abonnent neulich in die Kommentare schrieb, leider begründest du deine vielen Thesen nicht mit einem Argument. Wo er recht hat, hat er recht. Viele Dinge auf meinem Kanal lassen sich nur schwer bis gar nicht beweisen. Aber genau deswegen möchte ich sie mit euch teilen und besprechen. Nur weil ich Videos auf YouTube mache, heißt das nicht, dass ich auf jede Frage die richtige Antwort kenne. Ich versuche euch Informationen bereitzustellen, womit sich Mensch eine eigene Meinung bilden kann. Eines weiß ich sicher, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Diese Lichter könnten auch spiritueller Natur sein. So werden Lichterscheinungen wie diese hier vermutlich auf die eine oder andere Art durch eine bewusste Seele gesteuert. Vermutlich. Spiritualität kann jedoch nicht erzwungen werden. Glaube kann nicht erzwungen werden. Die Entscheidung bleibt jedem Menschen selbst überlassen. Der Sinn und Zweck dieser Erscheinung steht der absoluten Verblüffung darüber nach. Ich finde diese Lichtspermien unglaublich schön. Ich könnte sie mir den ganzen Tag anschauen. Oder will uns irgendeine Macht mit diesem Schauspiel von etwas völlig anderem ablenken? Wenn ich etwas Neues dazu erfahren sollte, werde ich es hier posten. Also vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und das nächste Mal wieder einzuschalten. Bewerte ruhig das Video, denn das Universum bist du. Also fang bei dir an. Doppel Peace!